Gemäß § 32a Absatz 2 Satz 1 muss ein elektronisches Dokument für die Bearbeitung geeignet sein. § 32a Absatz 6 Satz 1 regelt den gegensätzlichen Fall, also elektronische Dokumente, die für die Bearbeitung nicht geeignet sind. Was ein sicherer Übermittlungsweg im Sinne des § 32a Absatz 3 ist, wird in § 32a Absatz 4 definiert. An den § 32a Absatz 5 Satz 1 kann in § 41 Satz 3 als Gegenverweis kommentiert werden. Auch die Kommentierung des § 41 an den § 32b Absatz 3 stellt einen Gegenverweis dar. Gemäß § 32e Absatz 3 sind bestimmte Dokumente mit einem Übertragungsnachweis zu versehen. Solche Übertragungsnachweise können gemäß § 256 Absatz 1 Nummer 6 verlesen werden. Gemäß § 407 Absatz 3 muss dem Angeschuldigten bei einem Strafbefehlsverfahren kein richtiges Gehör gewährt werden. Diese Ausnahmeregelung kann als Gegenverweis an den § 33 Absatz 3 kommentiert werden. An den § 33 Absatz 4 kann der § 308 Absatz 1 Satz 2 als Gegenverweis kommentiert werden. In § 35 Absatz 2 Satz 1 steht, dass Entscheidungen durch Zustellung bekannt gemacht werden. Das Verfahren bei Zustellungen ist in den § 36 folgende geregelt. An den § 35a kann in § 44 Absatz 1 Satz 2 als Gegenverweis kommentiert werden. Demzufolge ist die Versäumung als unverschuldet anzusehen, wenn die Rechtsmittelbelehrung unterblieben ist. § 35a Satz 1 setzt Entscheidungen voraus, die durch ein befristetes Rechtsmittel angefochten werden können. Solche Rechtsmittel sind die sofortige Beschwerde nach § 311, die Berufung nach § 312 folgende und die Revision gemäß § 333 folgende. Gemäß § 36 Absatz 2 Satz 2 werden Entscheidungen, welche die Ordnung in Sitzungen betreffen, nicht der Staatsanwaltschaft übergeben. Stattdessen entscheidet der Vorsitzende unmittelbar. Das ergibt sich aus § 179 GVG. In § 37 Absatz 1 wird das Zustellungsverfahren geregelt. Sonderregelungen in Bezug auf Zustellungen enthält der § 145a. Aus § 38 ergibt sich die Möglichkeit zur unmittelbaren Ladung. Bei der unmittelbaren Ladung durch den Angeklagten ist vor allem der § 220 Absatz 2 zu beachten. An den § 40 Absatz 3 kann als Gegenverweis der § 35a Satz 2 kommentiert werden. Gemäß § 44 ist bei der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ein Antrag erforderlich. § 315 regelt den Fall, dass Berufung und Wiedereinsetzungsantrag zusammentreffen. § 342 gilt beim Zusammentreffen von Revision und dem Antrag auf Wiedereinsetzung. Ausnahmsweise kann die Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden. Das ergibt sich aus § 45 Absatz 2 Satz 3. In § 46 Absatz 3 wird die sofortige Beschwerde genannt. Diese ist in § 311 normiert. Gemäß § 48 Absatz 1 Satz 1 sind Zeugen verpflichtet zum Gerichtstermin zu erscheinen. In § 51 werden die Folgen des Ausbleibens eines Zeugen geregelt. Eine weitere Zeugenpflicht ist die Pflicht zur Aussage. Diese ist in § 48 Absatz 1 Satz 2 normiert. Die Folgen der unberechtigten Zeugnisverweigerung stehen in § 70. Die Pflicht zur Aussage besteht nicht, wenn eine im Gesetz zugelassene Ausnahme vorliegt. Eine solche Ausnahme ist das Zeugnisverweigerungsrecht gemäß dem § 52 folgende. § 48 Absatz 3 enthält den Sonderfall, dass der Zeuge zugleich der Verletzte ist. Diese Situation wird auch in § 69 Absatz 2 Satz 2 vorausgesetzt. Die Vernehmung des Bundespräsidenten ist in § 49 normiert. Die Artikel 54 folgende des Grundgesetzes enthalten weitere Regelungen zum Bundespräsidenten. Der Bundespräsident hat gemäß § 54 Absatz 3 ein spezielles Zeugnisverweigerungsrecht. § 51 Absatz 1 Satz 1 setzt voraus, dass ein Zeuge ordnungsgemäß geladen wurde. Dafür ist erforderlich, dass er gemäß § 48 Absatz 2 auf die gesetzlichen Folgen des Ausbleibens hingewiesen wird. Eine weitere Voraussetzung des § 51 Absatz 1 Satz 1 ist, dass der Zeuge nicht erscheint. Dass der Zeuge zum Erscheinen verpflichtet ist, ergibt sich aus § 48 Absatz 1 Satz 1. Gemäß § 51 Absatz 1 Satz 2 kann gegen den Zeugen Ordnungsgeld und Ordnungshaft festgesetzt werden. Das Mindest- und Höchstmaß von solchen Ordnungsmitteln ist in Artikel 6 EG StGB geregelt. An den § 51 kann als Gegenverweis der § 161 A kommentiert werden. Daraus ergibt sich, dass die Maßregeln des § 51 auch im Ermittlungsverfahren angewandt werden können. Pro 90 absatz 2 Satz 1 Satz 1 Satz 1 Satz 2 Satz 3 Relativ komplett Kulturmibrechen dann leser. Dann 천fa first hatte er gründer uns beim Eressern.